Ob das die Schwester ist? Ich denke mal, links unten wird wahrscheinlich die rausgerissene Person Anna sein. So, gucken wir uns das hier nochmal an. Die haben wir noch nicht. Dann muss ich sie zusammen mit einem Kühlschrank und dann muss ich in ein Amulett, die durch die Moon scharren. Simpel, oder? Hier, dieses Haar her. Wahrscheinlich irgendwo aus der aus dieser Abflussgedönsrohr Konstruktion. Aber ich weiß es nicht, ey. Keine Ahnung. Ich bin nicht das zuvor auf das Ding. Ich denke, Mr. Unicorn hat für ein Mal genug gehabt. Nein, danke. Ich muss nicht ungratetisch sein. Aber ich glaube, ich sah es früher zuvor. So, hier können wir auch nichts mehr abschneiden oder so, ne? Beim Stofftier. Nein, er ist zu süß. Ich mag ihn, wie er ist. Eigentlich müsste man wahrscheinlich den Diamanten jetzt hier in die Spüle reinwerfen. Und dann muss man den ja eigentlich dann wiederbekommen, ne? Und dann müsste man versuchen, hier dieses ganze Wassergedöns zu aktivieren. Hm, ich denke, ich werde das hier lassen. Hm, vielleicht nicht hier. Irgendwie muss man doch hier noch irgendwas machen können. Äh, na was? So, der Drache, den kannst du hier vergessen. Der kann hier auch nichts machen. Ich lasse ihn einfach sein, äh... Zauberbuch, hier, Diamant, Blaupause. Hm, es war so, dass es ein Stoff war, die in meine... Ja, das kennen wir auch. So, Freunde, schauen wir doch mal. Es ist auf jeden Fall jetzt hier gerade nicht einfach. Da oben ist noch ein Spindchen. Wir gehen nochmal... Öffnen das Tür jetzt. Hier ist ja dieses Rohr. Es sieht so aus, wie das ist die Rohr, die von der Stoff auf der Stoff ist. Es ist eine Sektion von Rohr hier, die ziemlich loskriegt. Ja, das sieht locker aus. Aber es gibt wahrscheinlich noch nichts, äh... Noch nichts, wieso wir dann da jetzt, äh, ran sollten. Ah, hier, guck mal, da ist sogar hier... Das Ende des Rohrs ist sogar hier oben. Und geht dann wahrscheinlich hier runter, oder was? Hm. Haare gibt's ja hier auch nicht mehr, ne? Hier haben wir ja schon das bekommen. Ähm, Gitter. Versuchen wir mal hier ein bisschen... Ein bisschen hier die Action zu machen. Naja, aber das haben wir ja schon. Das ist wahrscheinlich hier das Geheimnis des Abflusses. Ist auch nicht mehr allzu viel. Ist eigentlich, können wir das jetzt hier irgendwie, äh... Ich missen ein paar Dinge für das Spind. Ich brauche noch ein paar von den Haaren Haaren. Dann kann ich endlich weit weg von diesem witzigen Haaren kommen. Ich glaube, ich werde die Bücher mit mir behalten, falls ich sie benötige. Hm. Komm, wir reden doch mal mit dem Spiegel. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Hallo wieder, Mirror. Erklär mir das mit dem Zauberspruch. Ich werde mal weiter suchen. Ja. Ich werde immer weiter suchen. Indeed. Bravige Kind. Ich werde hier, wenn du stehst. Mit deinem Suche, though, wünsche ich dir das Beste. Danke. Spiegel. Spiegel. Hm. So, Freunde. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal jetzt hier suchen. Ich habe so das Gefühl, jetzt müssten wir hier noch irgendwas finden können. Nur wo und was. Hier muss doch irgendwas versteckt sein, oder nicht? Für den ersten Platz in der Science Youth Fair ist dieses Zertifikat an Hans Lind. Wer ist Hans Lind? Warum würde die alte Wälder das haben? Hm, na. Ich denke, ich werde das Rest da lassen. Ich denke, das ist genug, um die Mütze zu verletzen. Ja, ja. Grandpa würde mich daran erinnert, dass ich Feuer auf Dinge zu verletzen würde. Hm. Ist auch noch ein Buch? Ist da vielleicht noch irgendwas? Ich verstehe es nicht wirklich. Ich denke, ich könnte es einfach verlassen. Ich denke, das ist genug, um die Mütze zu verletzen. Was steht da drinne? Hm. Es scheint, um diese Telekinesis zu sprechen. Ich verstehe nicht wirklich, was es sagt, doch. Das klingt sehr kompliziert. Hm. Irgendwo müssen wir die Haare hier finden. Schüsseln, da muss doch irgendwas dabei sein. So viele verschiedene Formen und Größe. Big brown bowls, medium gray bowls, small blue mugs. Für alle, die deine Wälder braucht, ich denke. Hm, na. Ich glaube, ich brauche es nicht. Hm, wer weiß. Ich glaube, es braucht Feuer. Ich sollte es vorsichtig benutzen. Let it burn, let it burn, let it burn. Ein Pfeil of spare Gowns. Sie sehen, wie die, die die Wälder wehrt. Working on Spellen muss ein messiges Business sein. Nicht ein einziges Haar. Nicht ein einziges Haar. Das kann doch nicht sein. Da muss doch irgendwas sein. Okay, haben wir hier vielleicht noch irgendwie einen Hinweis oder so. All right, let's see here. Hm. This seems interesting. Dragons. Dragons are large lizard-like creatures that live within forest caves. They have scaled skin, wings, razor-sharp teeth and claws, and are capable of breathing fire. To achieve this, they will consume kerosene or paraffin, which ignites within their hot bellies. Okay. Also unser Feuerdrache hier, der kann auf jeden Fall Feuer speien. Wenn wir Benzin oder irgendwas mal finden, dann an einem Hinterkopf behalten, dass wir das dann unserem Drachen zu trinken geben. Communicating with the other side. All right, here we go. Summoning the spirits of the dead. Those who pass on to the other side leave a remnant of their past lives in our world. This will most often come in an object, something close to their heart, their spiritual essence. One of the basic summoning techniques is to take such an object with you to sleep. During sleep, the spirit will seek you out in open communications. Hm. An object of someone past. Hm. Das heißt, also dieses zweite hier ist tatsächlich ein Hinweis darauf, wie wir an Juringel und Jorinde irgendwie da rankommen. Das heißt, hat das vielleicht hier mit dem Drachen auch noch irgendwas auf sich? Kerosin, Benzin, haben wir nicht. Feuerspeien, was bringt uns das? Wo soll er das hinspeien? Schwierig. Guide to evil pets. Aha, this is what I need. A common raven. It is not uncommon to find raven nests within rooftops or rafters of cabins and houses. Ravens who have settled down, however, become extremely territorial and aggressive in nature. This is all the more reason, why they make an ideal pet for any evil persons. Okay, das ist der Hinweis mit den Raben, dass sie sich auf dem Kopf, beziehungsweise auf dem Dach befinden. Ja, tatsächlich, wir müssen irgendwas mit dem Drachen machen, aber was? Wir haben kein Kerosin, ne? Er ist so ein kürzer kleiner Mann. Bist du nicht nur das kürzeste kleine Drakon? Nichts Wollt, du bist jetzt mit mir sicher. Auf dem? Hm, ich bin nicht sicher über das. Es ist ziemlich groß. Mehr als ein Plague, wirklich. Einen Stöpsel im Mund, damit er nicht frum sprüht. Hm, ich denke, ich werde das bleiben. Hm, Diamant vielleicht zur Feuerverstärkung. Vielleicht ist das nicht die richtige Beziehung. Ist das vielleicht Wachs? Ist das vielleicht eine Art Benzin-Äquivalent? Hm. Hm. Well, es sagt, es ist nontoxisch. Okay, kleine Junge, du hängst? Einen, äh, süßes Paraffin? Wow, er hat das wirklich geblendet. Ich glaube, er ist bereit, zu beginnen, Feuer zu verbrechen. So wütend. Er ist so ein wütiger kleiner Junge. So wütend. Nein, ich brauche seinen Feuer für den Zauber. Ich brauche ein paar Dinge für den Zauber. Ich brauche noch ein paar von den Zauber. Dann kann ich endlich weit weg von diesem wütigen Zauber. Okay, also wir brauchen, wir brauchen den Drachen für den Zauber. Ich dachte eigentlich, äh, dass der jetzt nicht direkt involviert ist. Nein, ich brauche seinen Feuer. Feuer für den Zauber. Wir müssen irgendwie der Hexe irgendwie ein Haar entlocken, aber wie? Okay. Ich schätze mal, das stand da aber gar nicht drin im Buch, oder? Gucken wir mal kurz. Okay, so, Rabenfeder, Strähne des Haares, geschützt sein soll, Segen der Toten. Dann muss ich sie zusammen mit einem Beweil und einfach, oder? Achso, man muss die wahrscheinlich dann kochen hier, ja. Dafür brauchen wir natürlich den Drachen und das Feuer. Aber wir haben jetzt immer noch irgendwie kein Hinweis darauf, wo sich die Haare befinden würden von der Hexe. Gucken wir mal. Flaschen haben wir alles hier. Haben wir auch alles schon untersucht, ne? Sollen wir mit der Hexe reden, aber wie? Kürzen Sie, Anna! Können wir irgendwas machen hier? Öffnen diese Tür gerade jetzt. Die Hexe wegfackeln, hat doch auch keinen Sinn. Nein, ich brauche seinen Feind. Aber was ist denn eigentlich mit dem Porträt? Wie ist denn das da drauf? Das wäre nicht sinnvoll, ich denke. Kürzen Sie, Anna! Maybe this isn't the right approach. Mit dem Fenster haben wir da eigentlich schon irgendwas gemacht. Wir haben ja immer noch die Blaupausen hier. Den Diamant. Ich will es einfach nur als ein... So, Korken bringt wohl auch nicht viel. Zauberbogen brauchen wir noch. Blaupausen. Wir müssen einfach mal jetzt hier ein bisschen, glaube ich, noch versuchen. Irgendwas müsste ja hier noch sein. Öffnen diese Tür gerade jetzt. Und wann machen wir Feuer unter dem Arsch? Ich denke, ich werde ihn jetzt nur schlafen lassen. Ein bisschen Feuer zündel, zündel, wäre doch nicht verkehrt. Blaupausen, ja, ja, Keller und so, das haben wir alle schon durchgesucht. Öffnen diese Tür gerade jetzt. Es fehlt eigentlich immer noch hier dieses... Die Spüle. Hier haben wir immer noch nichts mitgemacht. Und auch nicht mit dem funkensprühenden Kabel, oder? Da haben wir auch noch nichts mitgemacht. Natürlich haben wir jetzt hier dieses Teil hier weggesprengt. Aber es hat ja jetzt nicht so viel gebracht, ne? Wir müssen uns noch einen Wachstummalstift holen. Ich denke, ich werde das Rest da lassen. Hm. Bin gerade ein bisschen überfragt. Wie gesagt, hier in der Spüle wäre halt natürlich optimal, ne? Das Wasserhahn läuft, aber... Aber... Der Wasserhahn läuft, aber... Der Wasserhahn läuft, aber... Kann man... Nicht vielleicht irgendwo, äh... Kann man nicht vielleicht unten irgendwo... Den Wasserhahn, beziehungsweise den Korken, zustöpseln hier? Was ist denn hier unten? Da ist ja auch hier alles... Da ist ja oben offen. Hm. Irgendwas reinschmeißen wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht die ideale Lösung. Irgendwie Korken reinschmeißen. Nee, 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 nee. Das hat alles keinen Sinn. Wir brauchen ja auch nur noch ein Haar. Wo kriegen wir dieses Haar her, Freunde? Komm, Joe, sag doch mal was. Nicht ein einziges Haar. Hm. Da muss irgendwo ein Haar drauf sein. Hier ist noch ein Pergament. Das ist ja auch ein Pergament von der Hexe. Vielleicht müssen wir... Das irgendwie bearbeiten oder so. Können wir das irgendwie abschneiden? Ich lasse es einfach, wie es ist. Haben wir hier noch irgendwelche Vorhänge, die wir zerbersten können? Oder Kerzenwachs? Nein. Schneiden wir mal ein paar Zauberspruchzutaten ab. Nein. Oder ein paar Kleidungsstücke. Schlüssel? Das würde nicht sinnvoll sein, ich denke. Oh, schade. Vielleicht ist das nicht der richtige Prozess. Okay, die Verzweiflung wird immer größer hier gerade. Hm. Das soll uns nicht lumpen. Es scheint... Ich habe nicht wirklich... Ich habe es nicht wirklich... Ich verstehe es nicht. Hm. So, sorry. Schauen wir doch mal weiter hier. Wir haben eigentlich fast alles gemacht. Wir haben fast alles fertig. Wir brauchen nur noch hier dieses Haar. Kürze dich, Anna! Ist hier noch irgendwas drinne? Empty. Hier ist auch nichts mehr drinne, wahrscheinlich. Empty. So, hier haben wir noch einen Abfluss, aber da... ...haben wir uns ja den Schleim rausgeholt. Das scheint nicht zu funktionieren. So, Jaringal ist auch schon durch. Sie hat die Kaltren geflüchtet. Ich denke, das ist genug, zu messen mit den Todes für heute. Ich habe so das Gefühl, dass wir das Haar nur von der Hexe direkt kriegen würden. Am besten wäre natürlich, wenn wir irgendwie das Fenster zerstören könnten. Ja, das wird wohl alles nicht so funktionieren. Hier, Zauberbuch haben wir am Start. Diamanten, aber... Was ist denn jetzt mit der Blaupause? Vielleicht sollte ich etwas anderes versuchen. Ja, zerschneiden können wir hier nichts mehr. Das haben wir auch schon versucht, glaube ich, ne? Wo kriegen wir dieses Haar her, Freunde? Wo kriegen wir es her? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich gleich eine Aufnahmepause machen soll und euch helfen lassen soll. Hallo wieder. Du öffnest. Hm. Ja, es ist jetzt sowieso alles nicht so, äh... Nicht so toll hier gerade. Das Reden bringt leider nichts mit der Hexe. Keine Option. Ja, das Reden bringt überhaupt nichts, aber vielleicht können wir der ja nochmal irgendwas zeigen oder so. Zauberbuch, haben wir das schon mit der besprochen? Ich glaube, es gibt keine Spelle, die mir hier helfen können. Hm, haben wir den Diamanten, wenn sie bestimmt haben, aber... Nein. Das klappt ja alles nicht. Bada! Ich weiß nicht. Die Kirche hat ein paar schöne Seiten. Grandpa hat mir immer gesagt, dass Krieg nichts zu lösen hat. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Selbst wenn ich all den Weg hoch und durch die Tür stehe könnte, die Kirche ist nur auf der anderen Seite. Nein. Ich werde einen anderen Weg finden, ich glaube. Hm. Hm. Tja, Freunde, wir haben immer noch keine Haare hier. Ich weiß auch nicht, ob wir den Haaren nochmal entkommen werden oder bekommen werden. Wir haben jetzt hier halt ein paar Gegenstände noch. Wir haben vieles, was wir brauchen hier. Amulett, Zauberbuch, bla bla bla. Wir haben halt noch ein paar Standardsachen, ne? Das heißt, ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier irgendwas mit der Schere und mit den Sachen, ob das irgendwie was, mit der Farbe, ob das irgendwas bedeutet. Ob Grün vielleicht irgendwas Dauerhaftes ist, was wir immer dabei haben. Rot vielleicht etwas, was wir tatsächlich noch gebrauchen würden oder müssten. Ich weiß es nicht. Hm. Hm. According to the Layout of the house here, there used to be a chimney going down into my bedroom. Above the table in the corner. Hm. Das ist jetzt natürlich noch rot, ne? Im Background, aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch irgendeinen Mehrwert hat oder nicht. Können es ja nicht verwenden hier. Vielleicht ist das nicht der richtige Prozess. Ah, wie kriegen wir eigentlich dieses Stück da hinten wieder? Haben wir jetzt auch noch nicht gefunden, ne? Oh, ich drücke immer Escape aus Versehen. Hm. Freunde, 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 Freunde. Mann, das ist jetzt echt gerade ein Rätsel, wo wir dieses Haar herkriegen. Even if I did break the window open, it's still a long, long way down. On top of that, the witch is right outside and would surely hear. Ah, klar, die Hexe ist auf jeden Fall am Start. Ah, wo kriegen wir dieses Haar her, Mann? Ich weiß es doch nicht, Freunde. Diamanten und Korken, alles haben wir am Start, doch keine Haare. Suche ich gerade hart. Hm, ja, hier auf dem Dachboden ist auch nichts mehr, Freunde. Hier ist gar nichts mehr. It's already open. Boah. Das gibt's doch nicht, ey. Runter auf den Dachboden, ja. Wir haben hier echt alles abgesucht. Ich denke nicht, dass meine Power... Ah, schade. Was ist das eigentlich hier? Was ist das? Hä? Was war das denn? Lol. Sag das wie ein Bonbon oder irgendwas. Okay. I don't know, was das war. Keine Mini-Bonbons wahrscheinlich. Ich nehme an, ich nehme an, ich nehme an, ich nehme an.